hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge ich zeige euch welche überraschung ich bekommen habe heute ja mit was soll ich jetzt beginnen milka mit schokolinzen das gleiche küken und marienkäfer das bringt glück ich schreibe es in den kommentaren was sagen würde zu diesen in der neuen wohnung noch können und ein gutes oster von meiner mutter kriegt und aber die passen wirklich zusammen ich habe auch so was gekriegt so ähm ja was niederland gemacht oh ne geil ne so schokohäschen oder wie man sagen würde so schokolade wie man sagen würde und eine überraschung habe ich ich habe eine playmobil milka dings kriegt wow gell den packe ich gleich aus sowie tanzverbot wow da noch mehr uuuuuh playmobil 2020 ach so mini eier super und noch mal mini eier super und war das ist so cool die kann man aufheben fast sachen verstecken doch hast du das so einfühlen und dann kann ich wieder verschließen oder du könntest ja ich könnte ja das als spardose benutzen oder so so musikmobil ja lässt ihr einen like da und Ciao